Am Start von links nach rechts, jetzt unser Jet Oldtimer, die Fuga Magista. Und beim Abflug sehen wir schon das Besondere an der Fuga Magista, das Heckleitwerk, ganz besonderes Design, ein sogenanntes Schmetterlingsleitwerk, das Lieblingswort meines englischen Kommentatorenkollegen hier. Also, die Magista, ein zweistrahliges französisches Schulflugzeug in Ganzmetallfertigung und dieses Leitwerk hat 110 Grad, ein V-Leitwerk und das ist wirklich das Besondere an diesem Flugzeug. Die Fuga hatte ihren Erstflug 1952, wurde in der Bundeswehr 1952 in der Bundeswehr 1952, wurde in der Bundeswehr 1952 in der Bundeswehr 1932. 158 in Dienst gestellt, von dieser Maschine wurden 250 Stück an die Luftwaffe ausgeliefert und 15 an die deutsche Marine. Erstflug in 1952, ein Entertservice mit der Bundeswehr, mit der Luftwaffe in 1958, 250 serving mit der Luftwaffe, als basic und advanced Trainers, und 15 mit der Marine. Ein sehr interessantes Design, 10,06 Meter lang, mit einer Höhe von 2,8 Meter, aber es sind diese langen Wände, es sind fast wie ein Glider, 12,15 Meter lang. Und die beiden Turbomeca Mabore Jet-Triebwerke, die jeweils 3,97 Kilonewton Schub liefern, also ungefähr 3,5 Tausend PS. Damit erreicht die Fuga Magista eine Flughöhe von 12.200 Metern, also 40.000 Fuß und eine Höchstgeschwindigkeit von 715 kmh. Insgesamt wurden über 900 Fuga Magista hergestellt, davon 576 in Frankreich. Und die Magista waren in 17 Staaten im Einsatz, darunter Frankreich, natürlich wie gesagt Deutschland, Kamerun, Belgien, Brasilien, Finnland, Israel, Irland, Marokko, Österreich und viele andere. Over 900 Magisters wurden gebaut, 576 in Frankreich. Magister also served in 17 anderen Ländern, obviously France und Deutschland, aber auch Kamerun, Belgien, Brasilien, Finnland, Israel, Irland, Marokko und Austria. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Vielen Dank.